Wenn du gerne wissen möchtest, wie man bei Tinder seinen Account löscht, dann bist du genau hier richtig. In diesem Video zeige ich Schritt für Schritt, wie das geht. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, damit du keine der wichtigen Schritte verpasst. Zuallererst gehen wir natürlich in unsere Tinder-App rein. Nachdem wir das getan haben, siehst du hier die Hauptseite, wo man nach links und rechts swipen kann. Und jetzt ist es wichtig, dass wir in unsere Einstellungen reingehen. Das heißt, wir klicken einmal unten rechts auf unser Profil und dann auf das Zahnrad oben rechts. Und dann scrollen wir relativ weit runter, fast schon bis zum Ende oder bis komplett runter in dem Fall. Und dann siehst du auch schon hier, nach der Version 15.3.0 steht da Konto löschen. Wir klicken da einmal drauf und dann siehst du hier mein Konto pausieren. Wenn du dein Konto behalten möchtest, aber nicht willst, dass das andere gezeigt wird, kannst du pausieren. Du kannst die Anzeige deines Kontos in der Einstellung ausschalten. Das heißt, entweder wir löschen das Ganze oder wir pausieren. Wir klicken dann eben auf mein Konto löschen, dann akzeptierst du das Ganze und dann wirst du oder löscht Tinder dann eben deinen Account. Und dann hat sich die Sache auch schon erledigt. Und so einfach und so simpel funktioniert das Ganze. In der Endcard habe ich dir noch einen Megatipp zu Tinder verlinkt. Schaust dir auf alle Fälle an. Und damit sage ich, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.